ich überlege gerade ob ich von hier irgendwo hinkomme aber da ist ja nichts außer dieses blöde rohr das bringt mir auch nichts weil hier kann ich nicht runter das geht nicht und von oben schon mal überhaupt nicht das kann ich mir nicht vorstellen geht mal weg da hallo fette du bist für das war die du mal weg hier weg sonst war ich weiß denn was wer nicht weg geht der fliegt bier trinken okay ja immer bier trinken jetzt hier chill ich ein bierchen gutes spiel mit der hippe aber auch noch ganz gesehen also ein bierchen tut ihm einmal nix aber ich würde da gerne nach unten was natürlich nicht geht hier geht's nicht nach unten ja die einzige chance ist von vorne und von vorne ist was im weg wo ich natürlich nicht durchkommt vielleicht brauche ich auch irgendeinen skill dass ich was weg springen kann oder so das könnte nur funktionieren aber habe ich halt nicht wahrgenommen oder irgendwie weg schießen oder so keine ahnung was in die richtung wollen willst du mich waschen ich überfahre dich gleich so auf jeden fall da drüben ist nur ein forschungspunkt mal schauen ob wir den kriegen und ob das auch verpackt ist das müsste gehen hier wo ist er wo ist er er ist da okay da müssen wir irgendwas freischalten wir müssen den zweiten stock da kommen wir schon rauf läuft noch einmal und hier müssen wir schön schalter irgendwo umlegen wo ist denn das da drüben okay scheiße willkommen dahin wo war denn das jetzt fick ja warte mal da ist so ein wagen genau genau innen drin okay also wieder runter ich glaube da werde den wagen benutzen müssen gehen wir mal rein da und zwar ist es da drüben ne 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 idiot nur drüber hüpfen ey bist du dumm Ich kann die Likes schon riechen. Na jetzt her geht's. Ich hoffe. So, das hätten wir. Jetzt brauche ich eigentlich nur mal rüber gehen, würde ich sagen. Vielleicht mit dem da runter gehen, weil... Oh, scheiße. Wo bin ich denn? Oh, lol, der ist runter... Egal. Ich leb nur. Fertig. So, mein geliebtes halb kaputtes Auto. Was haben wir denn hier? Ribcode, was ist das denn? Oh, wir sollen irgendeine Box hacken. Das machen wir mal. Und zwar hier. Machen wir aber eine Schnellreise, weil dann brauche ich nicht die ganze Stadt eiern. Look it, saggy, floggy, get this. So. Oh, von diesen Autos hier brauche ich nichts. Hallo, Note. Hui, hui, hui. Ist die Box unter mir? Oh, scheiße, das ist Gang-Territory. Puh. Oh, oh, die sind jetzt nicht glücklich über mich, glaube ich. Was hat denn hier für ein Problem mit mir, hä? Oh Gott, oh Gott, wie viele Leute schießen hier aufeinander. Das ist Gang-Territory. Puh. Ja, Bullen, genau. Gib denen nochmal Gas da, ey. Voll der Gang-Krieg hier. Oh, scheiße. Alter, hier geht's ab. Schießen die auf mich wahrscheinlich auch, hä? Seid ihr friedlich? Peace und so? Alter, da geht's ab. Ich hau hier ab. Andererseits ist das lustig. Voll der Gang-Krieg. Ich muss den hier ein bisschen mit in den linken. Baul. Wow. Fah mich über den hoffen, du Depp. Scheiß-Ghetto hier, du. So, ich leih mir den nochmal aus. So, wir müssen nach links. Ey. What the hell? Scheiße, ich muss da runter. Oh, mitten im Gang-Territory. Das ist scheiße. Oh, wieso kann ich das nicht lecken? Das kann ich in diesen Hecken. So, okay. Boah, das geht ja durch die ganze Gegend. Und natürlich ist das, was ich brauche im Sperrbezirk. Geil. Und da steht da nur einer mit dem G rum. Oh, da kommt Freude auf. Wenn ich den jetzt runterhole, werden die sauer, hä? Ich muss den sowieso runterholen. Warte mal. Schauen wir mal, wie viele da sind. Bisschen ablenken. Bisschen ablenken. So, jetzt ist Ruhe. Ey, du Blödes. Fuck. Die sind sauer, die sind sauer. Ah, behältig. Alter, verfickte Scheiße. Was ist denn das für ein Dreck? Wenn man eh drückt, dann bricht der ab, nur weil er beschossen wird. Ja, schön. Dann nitten wir halt alle um. Ist mir auch scheißegal. Wenn es nicht schnell geht, dann müssen wir halt das ganze Viertel hier ausrotten. Habe ich kein Problem damit, das ist jeden scheiß Ghetto. Interessiert eh niemand das Ghetto. Ach so eine Kacke, ey. Moins und viel. Ja, ich werde die alle umnitten. Jeden Einzelnen. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Oh, da ist nochmal der, oder was? Oh. So, kann ich das jetzt endlich machen? Sehr schön. Die anderen habe ich ja vorher. Es lag nur mehr, glaube ich, an einem Idioten. Lol. So, aber dieser Forschungspunkt, der juckt mich in der Hütte. Aber das Problem ist, der ist genau da, wo alle... Ne, gut, der ist vor meiner Nase. Dankeschön. So, hau mal ab hier. Jetzt da rauf. Das machen wir mit dem kleinen Scheißer da. Meins. So, ich leite mir das mal aus. Das sieht geil aus. Boah! Mit dem Ding hier lenken ist auch noch ein... Neuen Auftrag kriegen wir hier nachher. Ja, was meinen die mit... Geben bald auf. Verfolg's zum Hub und find es raus. Hm, das sieht geil aus wie... Ne, mich liegt keine Ahnung. Habe ich was dagegen? Oh, ne. Ernsthaft? Äh, Leute? Was ist? Das ist keine normale CTOS-Box. Doch, natürlich. So wie alle. Die hat einen Killer-Exfil-Filter oder sowas. Ich komm nicht rein. Hacke ihr Netz. Versuch ihn von da zu deaktivieren. Ja, wie soll ich denn das hacken? Aber ich sah... Oh Gott, ist das groß. Okay, das ist lustig. Aber das kann ein bisschen dauern. So, schön... Schönes Plätzchen gefunden. Ah, da. Boah, ist das groß wieder. Naja, aber... Macht Laune. So, dann. So. 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 Achso, der braucht von hier auch Saft. Okay. Wie kriegen wir das hin? Irgendwie geht das nicht? Wieso geht es nicht? Achso, von der anderen Seite geht das auch nochmal, oder was? Ah, okay. Jetzt haben wir es. So. Das haben wir. Ich muss den sicher auch noch hacken hier. Jawohl. Voll mitten im Ghetto unter lauter Gangsters. Ist das sowas bei außen im Leben? Und hier ist eine E-Mail von der Zentrale... Was bedeuten die Zahlen? Kein Plan. Scheinen Kontrollen für den Stromverbrauch von Häusern dagegen zu sein. Er weist bestimmten Ausgaben einen Koeffizienten zu. Ausgaben für was? Spür den Hop auf, dann sehen wir, was sie damit machen. So, hier kriege ich einen Auftrag, den nehme ich nur schnell mit. Hallo, ich. Ich habe seit zwei Monaten einen ganzen Supercontainer gekriegt, ohne Scheiß. Täglich zwei, drei Container. Kein fucking Supercontainer. Ey, das ist aber schlecht hier, was der da aufführt. Kleiner Selbstmörder. Du hast gesagt, er soll stark sein. Hast zu mir gehalten. Danke. Aber immer wenn ich die Augen schließe, sehe ich Mike Nassan. Ich höre Leute, die mich anschreien. Ich schreie mich selbst an. Ich werde mir nie vergeben. Das ist cool, ich habe den den Arsch gesäft. Dann muss ich mal aufgehen. Das geht nicht auf. Ah, okay. Der bemüht sich hier. Hilf mir dem Scheißer mal. Bin ich nicht ein netter Mensch. Ich habe dem voll den Arsch gesäft. Jetzt sind sie beide drin, geil. Hey Mann, was zum Teufel soll das denn? Komm schon. Komm schon, Mann. So, easy, easy, squeezy. Hier ist Geld. Geld ist immer gut. Ich hoffe nur, die werden nicht grantig, wenn ich es ein bisschen ausleihe. Meins? Da ist auch noch mal Kohle. Oh, das war ein Sperzbezirk. Das ist auch ein Sperzbezirk. Mann, die werden sicher lästig, wenn ich da reingehe. Sie sind ja voll die Gangster hier. So, wann fängt der an? Warte mal, hier ist noch kein Sperzbezirk. Da darf ich nicht rein. Da ist ein Sperzbezirk. Wollte mich verhalten. Alter, was ist denn das für eine Frisur? Mit denen anlegen. Oh. Wo? Wollen die was von mir? Hey, ich nehme das jetzt einfach und dann haue ich ab. Oh, tschüss. Bin dann mal weg. Oh, die sind sauer. Diesen Digger müsst ihr abmuxen, Alter. So ein Penner, ey. Scheiße, die sind überall irgendwie. Zu Fuß ist das nicht so gut. Ich weiß nicht. Wehe, die Bullen tun jetzt mir was. Ich weiß nicht. Alter, die Scheiße. Das sind ja keine Bullen. Fuh. Das sind Ghetto-Kinder. Ich muss hier weg. Hat aber eigentlich ganz gut geklappt. Ich weiß nicht. Ha, Pissbrüder. Könnt nicht mal. Hinter mir ist er. So, jetzt reicht's aber. Irgendwann habe ich mal genug von Idioten. Das Aussehen des Verdächtigen ist bekannt. Halten Sie für die Infos an. Ich habe mal Aphor abgeknallt. Da wird er in der Pist sein. Voll in den Arsch. So. Jetzt haben wir mal meine Ruhe hoffentlich. So, jetzt müssen wir nur mal von dem Bullen abhauen. Dann läuft's ja eigentlich. Anahe, Verdächtiger ist noch in der Nähe. Finden wir ihn. Ich bleib da. Achtung, Waffe. Och Mann, du. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018